ich habe mir geschossen hinten irgendwo wir sind nicht ausgesprungen nicht ausgesprungen wo ist er explodiert hab glaube ich alle da ist der beste alter im oder was hat der ne mord die hälter wenigstens ja man komm 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 wo 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 und liegen keine Ahnung einer bis den Leuten gezeigt die KM halt alter BKM in zwei Kräfte markt er hat man warum nicht vorher aufgenommen schiebt 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 älter ich habe keinen Plan wo die ist jetzt bin ich schon infekted alter da ist die nächste ja da oben die Likers mit einer SD Waffe ach an der Heli Crash hier irgendwo ja an der ersten oder zweiten ne 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 nix Heli Crash man sondern äh die Crashzeit hier von äh von Little Bird und läuft die ich habe doch nicht in 20 aus dem Weg er war die Sorte gleich die Sachen durch Koordinaten wollte eigentlich nur noch meine um jetzt auch nicht in 20 beigabt die grüßen die koordinaten bevor ich hier hier hat es gibt die koordinaten und gibt es was man hier mehr bieten vorjabt das gut bin jetzt an der ersten aber noch was an der größten wo ist zumal können uns zu bieten aus 20 Meter okay dass hier so da so wenig und ich noch nicht für meine st und krieg das pkm nehme ich mit das ist nicht mehr schnell ach es hat ihn ja es ging gerade ab also ich habe drei Leute getötet aber von dem keine Ahnung wo die gleichen sind okay aber ja brechen dich auf dem Weg irgendwie ein ja vielleicht im, im Crash drin im Heli die ist die nämlich oder zu Nee nee warte mal also zwei leichten hab ich Has Boots of Matches? Ja habe ich dann soll ich holz mitnehmen wie geil alter wie geil ja Mann warum hab ich nicht vorher aufgenommen da hätte ich das aufgenommen wo ich überhaupt so dann schädig rennen ja ich oh ich sie nächste Leiche oh der hat was? Oh da hat's ne oh der hat ne 14 M Chris willst du die haben aber ich würde doch gern die Mod mitnehmen ja können wir auch ich kann die SVD wegschmeißen oder von die Verrücksecke aber jetzt nicht so ey ich weiß immer noch nicht wo du bist oh leil zermittet mich ich bin da wo du markiert hast ja nicht genau da mein Gott Christ aber siehst du bestimmt siehst du bestimmt die ganzen kaputten Bäume oder hallo zum Beispiel bitte hier an der zweiten Grafside ach dann vergesse ich auch scheißegal das lade ich gleich erstmal hoch